Also hier ist wirklich so ein bisschen wie die drei Musketiere. Das ist vielleicht auch das Besondere hier gerade in der Küche. Einer für alle, alle für Eiden. Ja, wenn wir einen Koch suchen, dann suchen wir natürlich erstmal jemanden, der einfach Bock auf den Beruf hat, wo man das merkt, dass der Bock hat. Dann wird niemals denjenigen finden, der hierhin kommt und genau 100 Prozent perfekt ist. Wenn er zuverlässig ist, fleißig und motiviert ist, den ganzen Rest kann man einem immer beibringen. Das gilt für Ausgelernte, wie auch für Auszubildende. Dann hat man ja auch Spaß, dem was beizubringen. Und hier ist keiner, der so Herrschaftswissen behält. Auch auf gar keinen Fall unser Küchenchef, wenn man den fragt, weil auch ich weiß ja nicht alles. Kein Mensch kann alles wissen. Ja!